. . . . . Intensiv wartest du, ne? Anna, ich wirst du jetzt nicht intubieren. Ich würde mir einen Überblick verschaffen. Das macht alle Gefäße auf, als ob man im Haus alle Wasserhähne aufdrehen würde. Dort, wo am wenigsten Wasser durchkommt, da ist eine Engstellung. Das machen wir bei ihm. Man muss zwischen einem Herzinfarkt nach Reanimation und einem psychogenen Ausnahmezustand. Je mehr man an einem Tag erlebt, desto anstrengender ist es. Und das kann auch schon mal an die eigene Substanz gehen. Halb acht Uhr morgens. Im Agaplesion Bethesda Krankenhaus in Hamburg-Bergedorf beginnt für Sharon Uhlemann die Tagschicht. Sie ist pflegerische Leiterin der zentralen Notaufnahme. Und so etwas wie ein Eigengewächs des Hauses. Schon ihr Vater wurde hier geboren. Ihr Arbeitsplatz ist der sogenannte Stützpunkt im Zentrum der Notaufnahme. Noch ist es ruhig. Mal sehen, wie lange das anhält. Meistens wird es dann zur Mittagszeit oder späten Vormittag wird dann, denke ich, mehr kommen. Und Corona tut ja sein Übriges dazu bei, dass ich denke, dass wir hier heute noch gut was zu tun haben werden. Nur eine Minute später. Ein Rettungswagenteam hat angerufen, ist unterwegs mit einer Patientin. Die zeigt mögliche Symptome einer Corona-Infektion. Uhlemann muss deshalb Schutzkleidung anlegen. Das Untersuchungszimmer 5 wird damit zum Isolationsraum. Ohne Schutzkleidung darf hier niemand mehr hinein. Die junge Frau ist stark geschwächt. Sie hat Fieber. Bist du durchfallen? Ja. Okay. Seit Beginn der Pandemie kommen täglich Patienten mit Symptomen einer Corona-Infektion in die Notaufnahme. Es gab Tage, da erwiesen sich fast alle als Corona-positiv. Wir müssen einfach gucken, dass es kein Corona ist, weil sonst würden wir es noch weiter verschleppen. Die Gefahr ist zu groß. Während Sharon Uhlemann der jungen Patientin Blut abnimmt, muss deren Mutter draußen vor der Tür warten. Auch eine Sicherheitsmaßnahme wegen Corona. Nach zehn Minuten hat die Krankenschwester die Erstversorgung abgeschlossen. Die Patientin hat Fieber. Fieber ist ja auch eines der Leitsymptome von Corona. Deswegen haben wir die jetzt auch isoliert. Zusätzlich hat sie Durchfall und Erbrechen. Viele Patienten, die Corona haben, haben auch Durchfall und Erbrechen. Sie hat jetzt initial auch starke Bauchschmerzen. Ob das jetzt durch Durchfall und Erbrechen kommt oder ob es jetzt eine Blinddarmentzündung ist, das wissen wir noch nicht genau. Aber auch um uns hier wieder zu schützen, um die anderen Patienten zu schützen, haben wir auch hier wieder eine Schnell-PCR gemacht, um dann auch Corona ausschließen zu können. Im angrenzenden Krankenhaustrakt beginnt für Skelgem Rosani die Schleidung. Die Schleidung ist mit einer frischen FFP2-Maske. Mehrmals am Tag muss er seine Maske wechseln. Rosani ist leitender Oberarzt der Abteilung für Kardiologie. Als erstes besucht er neu eingelieferte Patienten. Station 8 hat eine ältere Dame mit implantiertem Defibrillator und Herzschrittmacher aufgenommen. So, wie war die Nacht? Gut. Ja? Beschwerden gehabt oder ging's? Gar nicht. Auf dem Rücken liegt jetzt nicht mehr. Rosani muss überprüfen, ob das Gerät noch richtig funktioniert. Und, haben Sie es gemerkt? Nö. Dafür hat er ein Kabel angeschlossen und löst per Knopfdruck den einprogrammierten Alarm aus. Hören Sie das? Ja. Dann stimmt irgendwas mit dem Gerät vielleicht nicht. Dann müssen Sie zu uns kommen. Und die nächsten zwei Wochen beim Duschen nur Abbrausen die Stelle, die nächsten zwei Tage kein Wasser rankommen lassen. Und nicht schwer heben oder Gardinen abhängen und waschen. Kann ich sowieso nicht. Ja, geht's. Skeltjem Rosani arbeitet seit acht Jahren in der Klinik. Die Abteilung für Kardiologie hat er mit aufgebaut. Nun muss er weiter zum nächsten Patienten. Der Mann klagt über Schmerzen in der Brust. Der Kardiologe muss abklären, ob das Herz erkrankt ist. Rauchen Sie? Schon fünf Jahre, nein. Wie lange haben Sie geraucht? 30 Jahre? Ja. Dann gucke ich mir nachher die Gefäße an beim Herzkatheter. Ich gebe Ihnen was zum Abwäschen. Die Untersuchung mit dem Ultraschallgerät hat keine akute Gefahr gezeigt. Zur Sicherheit will Rosani aber noch heute eine weitere Untersuchung vornehmen. In diesem Fall, da der Patient Beschwerden angibt, also Druck auf der Brust, machen wir ein Herzkatheter heute. Dafür ist er auch eingewiesen, weil der Verdacht besteht, dass eine koronare Herzerkrankung vorliegt. Also dass die Gefäße vom Herzen verengt sind. Im zweiten Stock des Krankenhauses liegt die Intensivstation. Dankeschön. Für Oberärztin Gesine Janssen beginnt die Schicht mit der Morgenvisite. Die 38-Jährige ist hier stellvertretende ärztliche Leiterin. Alle 14 Betten ihrer Station sind derzeit belegt. Guten Morgen. Guten Morgen. Nicht erschrecken, hier kommen ganz viele zur Visite heute Morgen. Die Beine sind noch ganz schön dick, ne? Die Ärztin muss einen Teil ihrer Station für Corona-Patienten reservieren. Alle anderen Notfälle müssen enger zusammenrücken. Guten Morgen. Das ist, glaube ich, auch das, was uns einfach wahnsinnig belastet. Es sind nicht nur die Covid-Patienten. Ja, die machen einen großen Anteil aus und stellen eine große Arbeitsbelastung dar. Aber es sind natürlich auch die anderen Patienten, für die wir genauso verantwortlich sind und die wir genauso gut versorgen möchten. Da wird ja nicht unterschieden zwischen der einen Erkrankung und der anderen. Im nächsten Raum hatte die Nachtschicht bis zuletzt um das Leben eines Krebspatienten gekämpft. Um 5.22 Uhr ist er gestorben. Es waren alle schon da, auch die Enkelkinder. Und ich habe ausführlich mit allen gesprochen. Die sind auch angesichts des fortgeschrittenen Krebsleidens auch soweit vereinzelt. Der Therapieversuch hat leider nicht so funktioniert. Okay. Und Leidenvor sagtest du, musst du nicht gehen. Genau, mache ich gleich nochmal. Das ist dann auch schon soweit. Mein Schatz. Und ich bin auch alles rausgezogen. Ja. Der Mann wurde 75 Jahre alt. Telemetrie haben wir ja eigentlich nicht. Nach der Visite folgt die Besprechung mit den Pflegern. Die Dame daneben, ja, müssen wir sehen. Also ich glaube immer noch, dass die Motivation das Hauptproblem sein wird. Alles klar, super, tschüss. Ja, ein neuer Patient, der jetzt in dem Herzkatheterlabor gerade eine Herzkatheteruntersuchung gehabt hat und dort neurologisch auffällig geworden ist. Die Kollegen sind sich noch nicht so ganz sicher, ob es wirklich ein richtiger Kampfanfall gewesen ist oder nicht. Und gibt jetzt aber auch Doppelbilder an, also sieht doppelt. Und dementsprechend muss man jetzt natürlich einmal gucken, dass nicht im Gehirn irgendwie was passiert ist. Das heißt, die Kollegen machen jetzt einmal eine Computertomographie vom Kopf und dann wird der Patient hier hochgebracht. Die Untersuchung im Computertomographen dauert rund zehn Minuten. Das heißt, dass die Pfleger auf der Intensivstation den Bettenplatz des in der Nacht verstorbenen 75-Jährigen frei ist. Der Platz wird für den neuen Patienten gebraucht. Oberärztin Jansen übernimmt den Patienten von ihren Kollegen. Die übergeben noch die Details zu seinem Zustand, dann ist Jansen für den 70-jährigen Mann verantwortlich. Der hat keine ... ... Bluthoch, oder wie so. ... keine Zunselzeichen. Er hat ... Jetzt haben Sie es mal nach. Jetzt sind Sie bei uns auf der Überwachungsstation. Wie geht es denn jetzt? Gut. Ja? Keine Beschwerden? Beschwerden? Ja. Wasser. Kommen Sie erst mal an. Ja. Einen kleinen Schluck Wasser kriegen Sie gleich mal, dass der Mund nicht so trocken ist. Aber ansonsten ist es okay. Sonst ist es okay. Das ist doch schon mal gut. Und er hat jetzt selber ja auch berichtet, dass er seine Familie, Freunde, Bekannte so vor dem inneren Auge gesehen hat und gar nicht das drumherum mehr so wahrgenommen hat. Also muss man schon auch davon ausgehen, dass das Bewusstsein eingeschränkt war. Ähm, und diese Momente haben aber nur kurz angedauert, waren dann, sind von selber sozusagen, ähm, haben sich wieder aufgelöst und jetzt geht es da natürlich weiter, dass man guckt, woran lag das jetzt. Bis zum Nachmittag will sich Gesine Janssen ein genaues Bild vom Patienten gemacht haben. Zwei Stockwerke tiefer wird derweil die junge Patientin mit Verdacht auf Corona von der zentralen Notaufnahme auf die Isolierstation verlegt. Ein PCR-Test hat den Verdacht bestätigt. Die Patientin ist Corona-positiv. Es ist Mittag geworden. Mit 329 Betten gehört das Agaplesion Bethesda Krankenhaus zu den kleineren Häusern der Stadt. Es versorgt vor allem Patienten aus dem Osten Hamburgs. 14.000 Stationäre und Teilstationäre sowie 20.000 ambulante Patienten jedes Jahr. In der zentralen Notaufnahme sind seit dem Morgen immer mehr Patienten eingetroffen. Pflegeleiterin Sharon Uhlemann ist für die Verteilung der Patienten auf der Station verantwortlich. Einige müssen bereits auf den Fluren warten, weil alle Untersuchungsräume belegt sind. Und ständig kommen neue Patienten dazu. Neben den Liegentransporten kommen auch immer mehr Menschen zu Fuß in die Notaufnahme. Sharon Uhlemann muss jetzt eine Menschenansammlung verhindern. Hallo, guten Tag für Schwester Sharon. Dann kommen Sie einmal mit rein. Einmal hier Platz nehmen bei mir auf der Trage. So. Was führt Sie denn zu uns? Äh, meine Hausärztin. Frau Klickner. Ich wollte das gar nicht. Fahren Sie mal in die Notaufnahme. Er will sich das angucken. Ja. So. Das ist die Geschichte. Ja, es ist unregelmäßig. Es sind Herz- und Nuss-Förungen, gar keine Frage. Aber das habe ich seit Jahren. Sind Sie gegen Corona schon geimpft? Oh ja, Booster. Schon dreimal, wunderbar. Ja, ja. Und gibt es Allergien gegen Medikamente? Keine. Ein Corona-Schnelltest müsste ich einmal bei Ihnen machen. Aha. Da muss ich die Maske wohl besser abnehmen. Sehr gerne. Mund einmal öffnen und A sagen. Jetzt geht es in die Nase, ist ein bisschen unangenehm. Hervorragend. Und die Maske dürfen Sie wieder aufsetzen. Die 29-Jährige muss jeden Patienten in der zentralen Notaufnahme innerhalb von zehn Minuten sichten. Das sind die Vorgaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Ich rufe einmal meine Kollegin drinnen an, dass sie sie einmal reinholt und an den Monitor legt. Sind Sie mit dem Unterleim schon fertig mit dem Ausfüllen? Dann nehmen Sie das einfach mit und füllen das gleich in Ruhe aus. Viel Zeit für den einzelnen Menschen bleibt da nicht. Geht das? Eigentlich sind wir Krankenschwestern geworden, um auch den Patienten zu helfen, aber auch zuzuhören und Empathie zeigen zu können. Und das fällt häufig sehr, sehr schwer. Also jetzt in dieser kurzen Zeit Werte durchzumessen, festzustellen, was ist der Grund des Kommens. Und aber auch noch Empathie zu zeigen, dass man versteht, warum der hier ist, ist wahnsinnig anstrengend und schwierig. Wenn man das acht Stunden am Stück macht, dann weiß man hinterher, was man getan hat. Schon ist der nächste Patient da. So, genau. Nehmen Sie einmal Platz. Ich messe ein paar Werte bei Ihnen. Was führt Sie zu uns? Erzählen Sie mal. Ich habe Verweisung bekommen für Tinnitus. Für den Tinnitus, okay. So, ich werde euch gut behandelt werden. Ja, wirklich. Ja, das hoffe ich doch. Ja, ne? Ja. Okay, es geht einmal ins Ohr, nicht erschrecken. Ja. Ruf einmal unseren Oberarzt dazu, ja? Das heißt, ich soll bleiben? Das entscheidet der gleich, ja. Nehmen Sie noch mal kurz im Wartebereich Platz. Und die Kollegen rufen Sie auf. Ganz hinten, ja? Genau. Super. Ich bedanke mich ganz herzlich. Sehr gerne. Bleiben Sie gesund. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Es ist hier ein wahnsinniger Durchlauf und ich bin froh, wenn ich hier das alles organisiert kriege. Wenn es sehr interessante Symptome sind oder man sich nicht ganz sicher ist, was könnte es sein, dann fragt man schon später nochmal nach, Mensch, was war denn da, war der eigentlich positiv oder hatte der jetzt am Ende einen Herzinfarkt oder sowas. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen gesunde Abschottung, dass wir uns dann nicht wahnsinnig hinterher bemühen, um das rauszukriegen, weil ich glaube, sonst würden wir verrückt werden. Die Krankenschwester muss weiter in das Behandlungszimmer Drei. Rettungssanitäter haben eine junge Patientin gebracht. Auf den Popo noch ein Stück hier rüber und ein bisschen zurück nach hier hinten. Die Sanitäter vermuten einen psychogenen Krampfanfall. Hat sie irgendwas an Medikamenten bekommen? Nee. Vor uns hat sie nicht mehr gekrampft. Wir haben das vorsichtshalber alles vorbereitet, aber gekriegt hat sie letztendlich nichts. Ja, okay. Wenn Sie einmal den Arm rufen. Tschüss. Können Sie sich von alles erinnern? Nee, nicht so richtig. Ich lasse das mal hier. Das ist aus der Schule der Zelle tatsächlich. Da steht unten, hast du ein bisschen was bei. Das ist genau. Krass. Cool. Danke. Stopp. Man muss switchen zwischen einem Herzinfarkt, einer Reanimation, einem psychogenen Ausnahmezustand. Jemand, der sich nur den kleinen Finger geklemmt hat, dann geht man in die nächste Isolation und dann muss man wieder raus und man muss immer eigentlich voll präsent sein. Und je mehr an einem Tag stattfindet und je mehr man an einem Tag erlebt, desto anstrengender ist es und das kann auch schon mal an die eigene Substanz gehen. Sharon Uhlemann hat eine Neurologin dazu gerufen. Sie wird sich weiter um die Patientin kümmern. Beschwören Sie mich? Während die Pflegechefin in der zentralen Notaufnahme zum nächsten Patienten eilt, soll einige Gänge weiter in der Kardiologie der Mann mit den Schmerzen in der Brust seine Herzkatheteruntersuchung bekommen. Wir machen das ganz vorsichtig hier mit einer erblichen Betäubung. Wir kriegen gleich ein bisschen was zum, ja, wieder zur Arm bitte. Wo sind die schönen Haugen? Über das Handgelenk des Patienten führt Skelgem Rosani einen dünnen langen Kunststoffschlauch, den Katheter, unmittelbar bis zum Herzen ein und spritzt dann ein Röntgenkontrastmittel. Auf dem Röntgenbildschirm werden so die Herzkammern und Herzkranzgefäße des Mannes sichtbar. Nach 20 Minuten ist der Eingriff vorbei. Die Patientin muss ich sagen, Sie müssen zur Herzoperation. Nee, Sie brauchen das nicht. Sehr gut, sehr gut. So gefallen Sie mir. Rosani hat keine besorgniserregend verengten Gefäße am Herzen entdeckt. Der hat ein hohes Risikoprofil und die Beschwerden waren sehr typisch. Deswegen war das gerechtfertigt. Der hat auch eine Belastungsuntersuchung schon gehabt vorher, dass man das macht. Und das ist ein gutes Ergebnis für den Patienten. Man kann medikamentös gut helfen. Braucht keinen Stent. Zurück auf der Intensivstation. Oberärztin Janssen hat die Computertomographieergebnisse des neuen Patienten erhalten, der Doppelbilder und seine Familie vor dem inneren Auge gesehen hatte. Auf den ersten Blick sehen zwar die Liquoräume etwas erweitert aus, aber sonst eine Blutung, wovor man natürlich Angst hätte, weil im Kopf der Platz ja begrenzt ist durch die Schädelknochen, die den Kopf umgeben. Sehe ich jetzt nicht. Sicherlich altersbedingte Veränderungen, die halten sich aber noch im Rahmen und damit ist erstmal ausgeschlossen, dass es jetzt einen schwerwiegenden Defekt im Gehirn gibt, der das Ganze ausgelöst hat. Vorläufige Entwarnung. So, dann ziehen wir uns mal an. Visite im isolierten Bereich am Ende der Intensivstation. Hier liegen die schweren Corona-Fälle. Bevor Gesine Janssen und ihre Kollegin den Bereich betreten dürfen, müssen sie Schutzkleidung anlegen. Haube, Handschuhe, Plastikkittel, Schutzbrille. Sechsmal am Tag mindestens muss die Ärztin diese Prozedur durchziehen. Und dennoch. Seit der Impfung und vor allem auch der dritten Impfung, jetzt so September, Oktober, muss ich ganz ehrlich sagen, ich rechne damit, dass ich mich früher oder später infizieren werde. Davon ist, denke ich, auszugehen, egal wie gut ich mich schütze. Ich bin natürlich ja nicht 24 Stunden hier, auch im Privatleben. Aber Angst davor, dass ich mit diesen drei Impfungen noch irgendwie einen schwereren Verlauf nehmen könnte oder so, habe ich nicht. Hoffe ich. Mal gucken. Derzeit liegen vier Covid-Patienten auf der Intensivstation. Drei von ihnen müssen künstlich beatmet werden. Keiner von ihnen ist geimpft. So, dann können wir mal gucken. Hier die Hautdefekte, das ist schon auch ... Was ist das auf der Seite? Nicht so viel, ne? Ich glaube, ich glaube, es war dieser hier, ne? Na gut, das sieht jetzt aber auch nicht viel verändert aus, ne? Die Corona-Visite ist gerade beendet, da kommt ein Notruf. Die Stroke-Unit, die Schlaganfallstation, meldet einen Herzstillstand. Die 91-Jährige ist plötzlich in ihrem Zimmer in sich zusammengesackt. Die 91-Jährige ist plötzlich in ihrem Zimmer in sich zusammengesackt. Die 91-Jährige wird mir gern einmal einen Überblick drauf schaffen. Das würde ich jetzt nicht gleich machen. Dann würde ich den Zyklus einmal noch durchdrücken, einmal Rhythmuskontrolle am Ende noch mal machen. Und wenn nichts kommt, dann würde ich das auch abbrechen. Dann war das jetzt eins vom ersten Teil vom Zyklus, ne? Wieder weg. Okay, dann hören wir jetzt auf. 14.25 Uhr. Ja. Ich häng das mal hier in die Kabel, ne? Vielen Dank. Es sind natürlich in den ganzen Jahren auch viele Situationen, die wir durchleben, die aber so eine wie jetzt, die aufgrund der Klarheit eigentlich der Situation eher nicht dazu führen werden, dass sie lange im Gedächtnis bleiben. Das ist aber auch, glaube ich, dann für uns nicht gesund. Beziehungsweise wenn dem so wäre, würde es, glaube ich, dieses professionelle Arbeiten, den professionellen Blick auf die Situation einschränken. Und man wäre wahrscheinlich nicht mehr gut in der Lage, ja, professionell zu entscheiden und eben nicht emotional. Sieben Stunden sind vergangen, seit die Tagschicht im Krankenhaus begonnen hat. Es ist Nachmittag geworden. Skeljim Rosani ist auf dem Weg zu seiner nächsten Untersuchung. Ein Patient mit Schwächeanfällen wurde eingewiesen. Rosani muss herausfinden, ob dessen Herz möglicherweise nicht genügend mit Blut versorgt wird. Dafür will er das Herz einer Art Stresstest unterziehen, während der Patient im Magnetresonanztomografen, kurz MRT, liegt. Um das zu machen, gebe ich ihm gleich ein Medikament, was das Herz stresst. Ein Kollege von mir hat das mal so beschrieben, das macht alle Gefäße auf. Also es ist so, als ob man im Haus alle Wasserhähne aufdrehen würde. Und dort, wo am wenigsten Wasser durchkommt, da ist eine Engstellung. Und das machen wir bei ihm. Wir geben ein Medikament, was alle Gefäße aufmacht. Und ich kann dann sehen, ist irgendwo eine Unterversorgung mit Blut. Das Medikament ist im Körper. Auf der MRT-Aufnahme kann Skeldjem Rosani nun sehen, ob tatsächlich nicht genug Blut am Herzen ankommt. Dann mach mal. Nach zehn Minuten ist das Ergebnis da. Es ist eigentlich ein Normalbefund. Wir haben keinen Hinweis darauf, dass deine Beschwerden von der Minderversorgung des Herzmuskels kommen. Also auch ein gutes Ergebnis für den Patienten. Und ja, hat sich eine Katheteruntersuchung gespart. Schon sein zweiter Patient heute, bei dem sich ein schlimmer Verdacht nicht bestätigt hat. Ein guter Tag. Ich hab jetzt noch ein paar Routineuntersuchungen und Harre der Dinge. Wenn ein Notfall kommt, dann bin ich da. Aber momentan ist ruhig. Was auch ganz schön ist. Gut, vielen Dank. Schönes Wochenende. Tatsächlich wird auch der Rest von Rosanis Schicht heute ruhig verlaufen. Ganz im Gegensatz zur Situation in der zentralen Notaufnahme. Noch immer kommen hier stetig Patienten an. Während die junge Frau mit Verdacht auf psychogenen Krampfanfall auf eine andere Station verlegt wird, warten noch immer Notfälle auf den Gängen auf ihre Untersuchung. Hallo. In wenigen Minuten soll ein neuer Patient mit Verdacht auf Corona ankommen. Pflegeleiterin Uhlemann und ihr Team müssen daher so schnell wie möglich die Gänge frei bekommen, damit sich niemand hier ansteckt. Ja. Wir müssen einmal jetzt Ordnung reinbringen, glaube ich. Hier ist Covid-positiv, hier ist Psychiatrisch. Was machen wir denn da? Krampfanfall, Neurologisch. Habe ich von hier vorne nach hinten geschoben gekriegt. Achtung, Achtung, Achtung. Der geht da rein. Bleiben Sie mal hier! Ich organisiere eine 1-zu-1-Betreuung für ihn, ja? Wir haben ein kurzes Team-Timeout gemacht, haben einmal ganz kurz jeden Patienten einzeln durchbesprochen, wer wohin geht, wird er aufgenommen, geht er nach Hause, wo können wir Zimmer freimachen, damit wir das Chaos vom Flur loswerden. Die Ärzte haben klare Ansagen bekommen, welcher Patient zügig nach oben muss oder wo wir noch auf Untersuchungen warten müssen. Und jetzt versuchen wir das einmal schnell abzuarbeiten, was der Chefarzt uns angesagt hat. Und dann haben wir hier gleich wieder Ruhe und Ordnung. Mittlerweile ist die Krankenschwester seit fast 8 Stunden auf den Beinen. Und dann ist der nächste Tag gleich wieder so schön. Und ich glaube, es gibt kaum einen Ort wie im Krankenhaus, wie im Krankenhaus, wo Tod und Geburt so nah beieinander sind. Feierabend für Pflegechefin Uhlemann. Auch auf der Intensivstation beginnt für Oberärztin Janssen der letzte Eingriff. Der Patient liegt schon seit sechs Wochen auf der Intensivstation. Auch er ist an Covid-19 erkrankt, aber nicht mehr infektiös. Eigenständig atmen kann er nicht. Das übernimmt für ihn die Maschine. Die Lunge ist ja schwer entzündet, was auch dazu führen kann, dass die kleinen Lungenbläschen natürlich auch mit in Mitleidenschaft gezogen werden und platzen können, reißen können durch diesen chronischen Entzündungsreiz. Das ist bei ihm passiert, sodass der rechte Lungenflügel zusammengefallen ist. Gesine Janssen und ihr Kollege wollen nun einen Schlauch in die Brusthöhle einlegen, um die Lunge wieder zu entfalten. Wie weit bist du? Wird aber weniger Luftlecker. Der Eingriff gelingt. Es wird der letzte für heute sein. Die Beine sind schon irgendwann schwer, sind anstrengende Tage, der frühe Start. Und jetzt ist es halb vier, aber der Feierabend wird noch ein bisschen dauern. Und ich habe heute Hintergrundrufdienst, sodass ich also permanent telefonisch erreichbar und auch örtlich mich nicht zu weit entfernen darf. Für Notfälle, dass ich eben dann im Zweifel auch heute Nacht wieder zurückkomme. Und im besten Fall bleibt es heute Nacht ruhig und dann geht es morgen früh um Viertel nach sieben weiter. Denn dann beginnt sie von Neuem. Die Tagschicht in der Notaufnahme. Die Tagoppelung ...